In diesem Beitrag aus der Reihe zum Forschungsdatenmanagement geht es um Forschungsdaten zu Publikationen. Louise Lieder denkt an ihr Projekt zurück, die Populationsdynamik von Eichhörnchen. Es war ein tolles Projekt und sie hat zusammen mit Frank und Rachel daraus hervorragende Veröffentlichungen gemacht, die häufig zitiert wurden. Louise Lieder ist überrascht. Immer wieder wird sie noch auf ihre Forschung und ihre Publikationen angesprochen. Noch weit nach Projektende wollen andere Forscher auf ihre Daten zugreifen. Natürlich hat sie die Daten archiviert. Auch Frank und Rachel haben das getan. Aber es kostet sie doch immer wieder ordentlich Aufwand, um die Daten herauszusuchen, sich neu einzufinden und die Daten so bereitstellen zu können, wie der Nächste sie benötigt. So hat sie zum Beispiel ein langes Gespräch mit Remerius gehabt, der die Daten in seinem Projekt zur Evolution von Eichhörnchen in ganz Europa nachnutzen möchte. Was könnte sie besser machen? Was sollte sie mit den Daten tun, die Grundlage einer Publikation sind? Den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis hat sie entsprochen. Die Daten sind archiviert. Aber bei dem, was sie an Aufwand jetzt hineinstecken muss, würde sie gerne eine bessere Lösung finden. Eigentlich wünscht sich Luise drei Dinge. Sie möchte, dass sie die Daten direkt zu den Publikationen findet. Das heißt, dass sie nicht lange in alten Archivordnern rumsucht, sondern wirklich direkt von der Publikation zu den Daten kommt. Außerdem sollen alle Informationen, die sie braucht, um die Daten zu verstehen, direkt bei den Daten sein, damit sie für sie und für andere leicht verständlich sind. Und eigentlich wäre sie froh, wenn nicht sie immer die Daten bereitstellen müsste, sondern dass die Nachnutzer die Daten selber zugreifen können. In diesem Kontext fällt ihr das Stichwort fair ein. Sie erinnert sich daran, dass viele Kollegen gerade darüber sprechen, dass ihre Daten fair werden. Dabei geht es eigentlich um dasselbe. Die Anforderungen, die sie hat, da kommt nur noch ein Aspekt hinzu. Denn neben dem Auffinden, also Daten findable zu machen, geht es bei fair darum, dass die Daten zugreifbar sind, so wie sie sich das vorgestellt hat, accessible, aber auch, dass die Daten interoperabel sind, also dass sie mit den Daten von anderen gut zusammenpassen und eben schließlich, dass sie nachnutzbar sind, reusable. Luise beschließt, dass auch ihre Daten in Zukunft fair sein sollen. Sie weiß aber auch, dass das nicht einfach ist. Wichtig sind ihr kleine Schritte. Zunächst einmal geht es ihr darum, die Daten, die zu einer Publikation gehören, damit zu verknüpfen. Sie nimmt sich deshalb vor, in Zukunft, wenn sie Daten zu einer Publikation hat, diese bewusst auszuwählen, dass sie wirklich genau darauf sieht, welche Daten sind in diese Publikation eingeflossen und daraus eine Zusammenstellung zu machen. Überflüssige Versionen, andere Fehlversuche, all das ist in der Zusammenstellung nicht enthalten. Wichtig ist aber, dass die Zusammenstellung verständlich ist, sowohl was die Struktur als auch was die Benennung angeht. Und, dass die Kontextinformationen, die wichtig sind, um die Daten zu verstehen, mit archiviert werden, möglichst innerhalb der Struktur. Für die Archivierung setzt sie auf einen professionellen Archivdienst, zum Beispiel auf das Archiv ihrer Einrichtung, das ihr die zehn Jahre gute wissenschaftliche Praxis garantiert. Und schließlich sollen die archivierten Daten auf jeden Fall einen Persistent Identifier bekommen. Denn damit kann sie die Daten zu ihrer Publikation verknüpfen. Zwar war bisher die Publikation von Forschungsdaten für Luise kein Thema, aber mit Rückblick auf ihr Projekt, wo sie die Daten nicht mehr selber nachnutzen möchte, aber viel Aufwand damit hat, die Daten anderen bereitzustellen, sieht es nach einer sinnvollen Option aus. Was muss sie tun, um ihre Daten zu veröffentlichen? Zunächst muss sie ein geeignetes Repositorium finden, das, auf dem ihre Daten dann öffentlich zugänglich sind. Auch hier muss es natürlich einen Persistent Identifier geben, zum Beispiel typischerweise eine DOI. Darüber sind ihre Daten eindeutig zitierbar. Bei einer Veröffentlichung von Daten ist es analog wie bei der Archivierung. Die Dokumentation muss enthalten sein, und zwar eine nachvollziehbare, verständliche Dokumentation. Erst recht, wenn die Daten publiziert werden und ohne direkten Kontakt zum Erzeuger der Daten nachgenutzt werden soll. Außerdem ist zu regeln, ob es Einschränkungen gibt, wie die Daten von anderen wiederverwendet werden können, zum Beispiel in Form von Lizenzen. Bei den Daten von Luise handelt es sich um Daten aus einem öffentlich geförderten Projekt. Da will sie möglichst offene Lizenzen verwenden. Wie kann so eine Verknüpfung aussehen? Hier ist ein Beispiel für die Verknüpfung einer Publikation mit veröffentlichten Forschungsdaten. Zur Dissertation sind hier verschiedene Daten entstanden, die direkt auf der Detailseite verlinkt werden und zu einem eigenen Eintrag führen, über den die Daten direkt heruntergeladen werden können und von anderen genutzt werden können. Auch wenn die Daten nicht publiziert werden können, ist es möglich, eine Verknüpfung zu den archivierten Daten zu machen. Zu diesem Journalartikel gibt es innerhalb der Referenzen einen Verweis auf ein Archiv. Explizit ist der Hinweis hier, dass die Daten primär für die interne Nutzung sind. Das heißt, Zugriff auf die Daten haben an dieser Stelle nur die Dateneigner. Aber jemand von extern erhält zumindest ein Kontaktformular, mit dem er mit dem Erzeuger in Kontakt reden kann und nachfragen kann, ob der Zugriff auf die Daten gegebenenfalls möglich ist. Wenn auch Sie Fragen haben zu der Verknüpfung von Daten und Publikationen zur Datenaktivierung oder Datenpublikation, dann kontaktieren Sie uns einfach über das Service-Disk.